Was für ein Finale der österreichischen Mountainbike-Meisterschaften am Zanzenberg in Dornbirn. In zwei packenden Rennen sicherten sich die beiden Tiroler Lisi Osel und Gregor Rackel die Staatsmeistertitel im Cross-Country-Bewerb. Bei den Junioren waren Laura Sticker und Moritz Pscherer eine Klasse für sich. Aber der Reihe nach. Was der RV Dornbirn hier am Zanzenberg aufgezogen hat, war schon beeindruckend. Nicht nur, dass der Kurs extrem selektiv und abwechslungsreich war, sondern vor allem auch die erzeugte Stimmung der Fans, der Mitarbeiter und alle die dabei waren, waren für sämtliche Sportler schon fast einzigartig. Ich glaube, soweit ich mich zurückerinnern kann, ist es mit Abstand die beste Meisterschaft von den Zuschauern, weil es da für ein Publikum ist. An jeder Ecke der Strecke wäre es schon angefeiert. Das puste ich natürlich enorm hinten in steilen Anstieg mit Trompeten und Trommeln. Wahnsinn überwältigt. Zu den Damen. Da war die Groldamme des heimischen Mountainbikesports Lisi Osel natürlich wieder in der Favoritenrolle angetreten. Aber es wurde ihr am Zanzenberg richtig schwer gemacht. Denn, wie sie selbst sagt, wird es wohl bald die Übergabe an eine Jüngere geben. Ja, ich habe schon noch ein bisschen weiter zu fahren, ein bisschen Vorbild zu sein, auch wenn ich als Vorbild eingeholt werde, aber das ist mir gleich. Osel ging bei den Damen zunächst auf Bedacht ins Rennen und übernahm in Runde 2 das Kommando. Da war es dann für sie ein einsames Rennen vor Lisa Barsteiner und Corina Trommel. Auch Cross-Spezialistin Nadja Heigl fuhr immer in der Nähe des Podests. Wäre da nicht Junioren-Weltmeisterin Laura Sticker gewesen, hätte Osel ihr Rennen im eingeteilten Tempo fertig gefahren. Dann aber tauchte plötzlich die Ötztaler Renn auf. Sticker, die ja noch Junioren-Klasse fährt, war zwei Minuten später gestartet, musste aber auch nur fünf statt sechs Runden absolvieren und konnte so das Tempo hochhalten. Trotzdem, auch Osel erhöhte hier dann noch einmal das Tempo, wenn auch nur im Vergleich mit der Junioren-Weltmeisterin und sehr zur Freude der vielen Fans. Das kann man nicht so sagen, wir haben eine echte Runde mehr und die müssen sich anders eingehalten, als wenn ich vom Startweg voller Weg brennen kann und ich glaube nicht, dass ich noch eine Runde ausgegangen war von mir. Laura Sticker durfte sich dann nach fünf eindrucksvollen Runden feiern lassen. Sie gewann den Junioren-Bewerb weiblich klar vor Tamara Wiedmann und Annalena Wagner. Als Lisi Osel bei den Damen nach sechs Runden ihren x-ten Staatsmeistertitel fixierte, war sie fast ein wenig bewegt. Denn mit einer derartigen Stimmung hatte die Kirchbergerin nicht gerechnet. Also ich habe nur ein Gutes gehört von dem Rennen, aber das so super ist, richtig saucool zum Fahren, super Publikum, die Strecken abwechslungsreich, also du hast keine Sekunden Zeit zum Nachdenken oder was, also einfach immer am Limit und die, ja, super Event. Auf Rang zwei folgte dann Lisa Barsteiner, die mehr als zufrieden war. Mein letztes Monat war ein bisschen durchwachsen, würde ich sagen und es war jetzt mein erstes Rennen wieder zum Einstieg. Von dem her absolut perfekt und Gratulation an die Lisi, sie ist wirklich ein tolles Rennen gefahren und hat das wirklich verdient. Corinna Drummel kompletierte dann das Damen-Podest dieser Staatsmeisterschaften. Dann kam der große Showdown der Herren. Und hier hieß es dann Tirol gegen Vorarlberg. Titelverteidiger Gregor Rackel, sein Teamkollege Charlie Macht, dann Max Feudl, quasi im Duell mit dem Vorarlberger Daniel Geismeyer. Auch Eliminator-Staatsmeister Daniel Federspiel wollte noch ein Wörtchen im Kampf um die Medaille mitreden. Doch für ihn sollte der Nachmittag empfindlich enden. Nach dem Start ging es gleich ordentlich zur Sache und Rackel, Feudl, aber auch Feuderspiel drückten gleich mal mächtig aufs Tempo. Sowohl Geismeyer wie auch Max hatten da so ihre Probleme, das Tempo mitzufahren. In Runde zwei war dann für Feuderspiel Endstation. Sturz nach einer Abfahrt und ab ins Krankenhaus. Sein geplanter Auftritt bei den Europameisterschaften in Graz ist damit mehr als in Gefahr. Ab Runde drei konnte sich Gregor Rackel gegenüber Max Feudl und Daniel Geismeyer ein wenig absetzen. Hinter den beiden auf dem sicheren vierten Platz Charlie Macht. Dann verstärkte Feudl noch einmal das Tempo, holte Rackel ein und ging auch kurzfristig in Führung. Ich bin dann über drei oder vier Runden das wieder zugefahren, war dann sogar in Führung. Und dann war aber der Ofen wieder aus und der Gregor hat das halt ausgenutzt und ist dann wieder weg. So aber zog dann Rackel wieder davon und fuhr kontrolliert zur Titelverteidigung. Was dann aber um Rang zwei, drei und vier folgte, war an Spannung nicht mehr zu überbieten. Denn etwa tausend Meter vor dem Ziel war plötzlich Charlie Macht wieder an Feudl und Geismeyer dran. Und es kam dann zu einem Zielsprint, den Max Feudl vor Charlie Macht für sich entscheiden konnte. Es war eine wahnsinnige Ränge mit dem zweiten Platz. Also ich war das ganze Rennen auf vier und bin so immer ein bisschen wieder herangekommen. Vor allem war der Daniel und dann wieder der Max. Nach meiner letzten Runde habe ich dann wirklich alle Kräfte mobilisiert. Es ist leider knapp mit dem zweiten nicht ausgegangen, aber dritten passt auch. Und ja, wahnsinniges Publikum, also echt Hammer, geil da. Für Marathon-Spezialist Daniel Geismeyer blieb damit nur der unergebare vierte Platz bei seinem Heimrennen. Aber er konnte es verschmerzen. Nächste Woche gehe ich wieder in meine Disziplin im Marathon bei meinem Dreistart, dem Montafor, noch ein Heimrennen für mich. Da freue ich mich schon und ich denke, ich profitiere sicher aus dem Rennen, was ich jetzt gefahren bin. Zur Ergänzung noch bei den Junioren gewann Moritz Pscherer, vor Florian Wimmer und Armin Embacher. Am Ende der Veranstaltung konnten sowohl die beiden Nationaltrainer wie auch der OK-Chef der Veranstaltung zufrieden bilanzieren. Es braucht natürlich auch immer die Freiwilligen, die dann mitmachen und die müssen auch motiviert und überzeugt sich von der Veranstaltung, die wir machen. Und das kann ich sagen, für die österreichische Meisterschaft sind sie das ganz klar gesehen. Und wenn wir da damit aufzogen sind, dass wir wirklich eine Veranstaltung vernünftig organisieren können, dann ist das ein bisschen recht und nehmen das Kompliment gerne entgegen. Wir haben sehr viele Starten, auch U17 und U15 und es ist wirklich erfreulich zu sehen, dass da viele auch bei der ÖAM mitfahren. Zanzenberg ist sowieso immer ein spezielles Rennen, es ist ein super Gelände und jedes Jahr freuen sich eigentlich sehr viele Fahrer drauf, hier wieder zu fahren. Und ja, es geht im Moment sehr gut und wir hoffen natürlich, dass wir so viele wie möglich Nachwuchsfahrer so weit bringen, dass auch Junioren, Juniorinnen dann weiterfahren und dann auch später noch U23 und in den Liter natürlich. So eine österreichische Meisterschaft können wir uns in den nächsten Jahren auch nur wünschen. War wirklich von der Streckenschwierigkeit her sehr auf einem hohen Niveau. Es waren die Teilnehmer, die Teilnehmerinnen auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und wie Sie schon gesagt haben, die Jungen kommen im Prinzip nach. Das ist das, was mich sehr freut, das heißt unsere Nachwuchsarbeit, die funktioniert. Wir werden schauen, dass wir die natürlich weiterführen und wie gesagt solche Veranstaltungen, das ist immer sehr schön hierher zu kommen und solche braucht man natürlich auch viele, viele mehr. Das ist das, was wir wollen. Eeeh!